Siegerung Deutsche Meisterschaften 2009 im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes in der Altersklasse 13 hier in Ulfelsheim. Und Deutsche Meisterin 2009 wurde mit 50,40 Punkten Katharina Möller-Keser Auf dem zweiten Rang mit 48,80 Punkten und damit Gewinnerin der Silbermedaille, Janine Berger, FSK Ull. Und auf dem zweiten Rang mit 48,75 Punkten, also knapp danach, und Gewinnerin der Bronzmedaille, Luisa Knapp, haben wir vorgekommen. Auf dem zweiten Rang mit 47,10 Punkten, Lara, das Zielbund war, CSK Ull. Auf dem zweiten Rang mit 46,60 Punkten, Luisa Winkler, CSK Ull. Aus dem zweiten Rang mit 45,60 Punkten, Roselis Brunner, CSK Ull. Und Angelika Lupa, CSK Ull. 45,20 Punkte und Rang 8 für Valetta Ruth, CSK Ull. Ich bin gleich noch. Und auf dem zweiten Rang mit 44,65 Punkten, Julia Deggert, CSK Ull. Vielen Dank.